Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 103, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, gibt es von BuilderJG, das scheint wohl ein Konglomerat von ein paar fähigen Minecraft-Bildern, siehe rechts, zu sein, die in einer Bauzeit von 70 Stunden diesen Spaß hier erbaut haben. Das sieht mal wieder nach weniger aus, als es am Ende ist, aber ich habe doch das, ja, ja, leichte Gefühl, dass diese Einsendung recht groß und komplex ist. Sie schreiben eine Map mit verschiedenen Minigames von sehr viel, oh Gott, was steht da? Große Beschreibung. Okay, liebe Leute, wenn ihr Lektüre ein bisschen wollt, ein bisschen, ne, ihr seid nicht zufrieden mit Harry Potter 1 bis 7, dann lest euch doch mal die Videobeschreibung durch, da werdet ihr noch schlauer und dort findet ihr auch den Download dieser Welt, sowie eine Verlinkung zu eben genannten Bauteams YouTube-Kanal. Also, Lobby, Lobby, Druckplatte, hallo, zum Abbrechen schreibe Trigger, what, in den Chat, Goldbeckers und Checkpoints, ah, oh, ah, Jump'n'Run, oh, okay, Leute, in Wirklichkeit bin ich das Killer, ein Jump'n'Run, ich verarsche euch die ganze Zeit nur auf YouTube, in Wirklichkeit kann ich das Ganze besser, als ihr denkt. Das ist nämlich immer eine lustige Sache. Okay, hab nichts gesagt. Ähm, hätte ja, hätte ja, hä, okay, was müssen wir Trigger, hätte ja sein können, Leute, wie geil wäre das jetzt gewesen, wenn ich den Jump'n'Run First Try geschafft hätte. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, dann hätte ich mir wahrscheinlich heute noch ein Lotto losgekauft. Okay, Fighting, 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 Fighting. Ich nehme mal jetzt an. Ja, okay, das ist jetzt natürlich die große Schwierigkeit, ihr Lieben, und zwar, äh, das ist jetzt Singleplayer im Multiplayer. Das ist eine Map, Lobby, Jump'n'Run, Lobby, achso, Lobby, achso, ich verstehe, das ist klassischer Lobby, Jump'n'Run, okidoki. Ähm, schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Oh Gott, komm, ein Versuch noch. Ja, Flex, Flex. Okay, jetzt, ähm, würde es mich gerne mal interessieren, was passiert denn, wenn man den Jump'n'Run schafft? Also, wir tun jetzt mal so. Ah ja, ist das ein Checkpoint? Checkpoint, Bobby, fair! Fair! Also, Respekt, Jump'n'Run mit Checkpoint, finde ich fair. Das ist, finde ich wirklich fair. Das ist das, den Jump'n'Run, dem würde ich sogar dann auch Bock. Also, wisst ihr, was es bei Jump'n'Run am meisten halt ankotzt? Ist die Tatsache, wenn du kurz vorm Ziel bist und dann das passiert. Also, in dem Fall muss ich sagen, gut, sehr gut, Jump'n'Run mit Checkpoint ist echt fair. Okay, ich versuch's erst gar nicht weiter. Oh, wir sehen die ganze Armourstance. Ju. Ähm, wo geht's denn hier weiter? Boah, die Jumps sind aber schon krass. Oh ja, herzlichen Glückwunsch, du hast den Parcours geschafft. Mehr Funktionenlevel werden bald hinzufügen. Okay, sehr nett. Also, die Idee hinter dieser Map ist, ihr könnt euch die Map downloaden, ihr könnt euch die auf den Server packen und ihr habt automatisch Minigames. Ich meine, das gibt's sowas in der ähnlichen Form. Wie wird das schon geben? Oder hab ich schon ein paar Mal gesehen? Aber das ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache hier. Vor allem, wenn das von alleine so funktioniert. Dann, ähm, schauen wir uns mal das Fighting an. Das ist natürlich auf jeden Fall Multiplayer ausgelegt. Trotzdem, jump'n' wir mal hier rein. Das hier scheint eine Stage zu sein, eine Arena zu sein. Was mich jetzt gerade... Ah, nee, nee, das ist gar nicht die Arena. Das ist, das ist der Start da. Verstehe. PvP. Ähm, warum ist hier alles zu? Sind das noch Bereiche, die kommen oder auch nicht? Null von zwei Spielern. Okay. Ui. Das ist eine kleine, schöne Wartelobby. Ich verstehe. Hier muss man dann warten. Ähm, ich kann jetzt aber noch lange warten. Zirp, zirp, zirp. Da wird nichts passieren. Gut. Dann büchse ich mal aus und schauen wir mal an, wo denn so ein PvP-Duell stattfinden wird. Oder wie. Und könnte sein, dass es hier so... Ja. Ich nehme mal an, dass das... Ja. Ziemlich safe. Das wäre die PvP, kann man sein, oder? Ist das beschriftet? Build by Build. Okay, hier ist nur nochmal Credits. Ich nehme mal an, dass das die PvP-Räume sind. Hier wird gekämpft. Das ist auch relativ egal. Hier kann man einfach nur seinen Skill zeigen. Ähm, ich bin der schlechteste PvP am ganzen Internet. Das ist definitiv ein Titel, den ich, den ich verdient habe, den ich annehme und den ich anerkenne. Also, ich würde es sogar schaffen, schaut her, im Singleplayer-PvP zu sterben. So. Gut. Dann aber, was jetzt, glaube ich, am interessantesten ist, und darauf freue ich mich jetzt am meisten, ist, scheint das, ähm, Hide and Seek zu sein, was ich wahrscheinlich auch nicht alleine spielen werden kann. Also, ihr müsst diese Map tatsächlich mal ausprobieren. Ich kann euch nur heute kurz diese Map zeigen, was sie zu bieten hat. Ein bisschen, ein bisschen Werbung für diese Map machen, aber das mache ich tatsächlich gerne. Ihr dürft, ihr dürft was einsenden. Also, wenn ihr auch möchtet, dass ich mal das zeige, was ihr gebaut habt, wenn ihr was von anderen Leuten einsendet, dann wird das gelöscht und ihr werdet gesperrt. Aber wenn ihr etwas gebaut habt und ihr sagt so, ja, das ist cool, das könnte, das könnte The Joe Craft interessieren, nicht nur Redstone, darf auch was mit Command-Blöcken sein, darf was Kreatives sein, also irgendwas, was cooles einfach mal, wenn ihr was habt. Link ist in der Videobeschreibung, schickt das gerne mal ein. So, Einstellungen, Credits, hier haben wir 0 von Unendlich, Trainer, Hider, okay, Seeker, jetzt bin ich der Seeker, okay. Leuchten von allen Spielern. Oh, das ist ein bisschen unfair, aber egal, Spielbänden. Okay, ich bin jetzt der Sieger. Oh, wait, 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 what's that? Ha, 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 ha. What? 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 Excuse me, what? Ah, kann ich das wirklich alleine spielen? Moment. Moment, 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 Moment. Ich hab jetzt grad irgendwie überhaupt nichts gecheckt. Ähm, ich glaub, das kann ich ja leider spielen. Hab ich, hab ich was gesagt? Ich hab ich ja, Moment, Moment, Moment. Das haben wir schon uns angeguckt, ne? Das haben wir uns angeguckt. Die Einstellung, gucken wir uns mal kurz an. 100, 100, 100. Bostbar aus, Bostbar an. Was ist das? Keine Ahnung. Bostbar Animation ein. Natürlich, ich will ich Animationen haben. More Partikel ein. Ach so, ja gut, das sind so basic Sachen. Okay, basic Einstellung. Ähm, hab ich das gerade richtig gesehen? Dass man das alleine spielen kann? Vielleicht sollte ich mal die Schilder angucken. Einstellung, Credits, Highten Sieg Trainer. Highten Sieg Train. Okay, ich geh mal kurz in die Einstellung. Credits, aber das, äh, was hat das mit Einstellungen zu tun? Gar nichts. Ähm, Highten, ist ja relativ egal. Seek, Highten Sieg. Training. Training Seeker, was wird das sein? Ich glaub, ich kann hier... Ich glaub, ich kann hier suchen. Ich glaub, dass das eine andere Map ist, Leute. Das heißt, wir können jetzt jemanden finden hier? Äh, wait. Äh. Da war grad was sichtbar. Hier sind Spieler. Aber die Frage ist, wie find ich die denn jetzt? Hey, das ist ja auch mal ne cool. Ich mein, Highten Sieg im Singleplayer mal zu bauen, wäre bestimmt auch cool. Ich mein, Leute, wenn ihr mal sowas habt, schickt das mal ein. Hey, Aufgabe für... Ey, da war 100% auch grad was. Aufgabe für euch, Leute. Baut man Highten Sieg für Singleplayer. Das müsste gehen. Ich glaub, das ist jetzt die andere Map. Das ist grad ein bisschen irritierend, dass die da leuchten. Ähm. Aber ich find hier niemanden. Ey, bis ich hier jetzt jemanden gefunden hab, werden ja Jahre vergehen. Aber Moment, stopp. Ach, da verleuchtete gerade wieder was. Da war doch grad was 100%ig. Da! Wir können schon Leute finden. Habt ihr gesehen, dass da ein Villager stand? Das ist illegal. Okay. Der nicht herstellbare Trank. Ähm. Lass mich jetzt mal zumindest einen einzigen Villager finden. Oh mein Gott. Ich wette, dass wir die schon finden können. Da ist einer. Jetzt grad leuchtet der. Warum leuchten die alle paar Sekunden? Wie fair? Hab dich! Oh. Wie süß. Okay. Okay. Also, es ist einfach so zum Üben. Vielleicht ist es ja bei diesem Hight & Seek tatsächlich so, dass alle paar Sekunden, dass Leute, es gibt verschiedene Varianten von Hight & Seek. Ich glaub, die Variante, die ich am coolsten finde von Hight & Seek, ist die Variante, wo alle 5 Minuten oder 2 Minuten so ein Scan durchgeführt wird. Und dass der Seeker eine Karte in der Hand hält, wo er dann die Positionen von den Spielern sieht. Und eine Bossbart kündigt dann an, wann der Scan durchgeführt wird und wann der Seeker sieht, wo sich die Leute aufhalten. Während alle Leute wiederum eine Karte in der Hand haben, auf der sie sehen, wo der Seeker ist mit 10 Sekunden Verzögerung oder so. Ich glaub, diesen Spielmodus gibt es nicht, aber selbst, also ich weiß nicht, ob es ihn gibt oder nicht gibt, aber diesen Spielmodus habt ich. Diesen Spielmodus fänd ich am coolsten. Ich glaub, ich muss auch mal einen Hight & Seek bauen. Das ist nicht aufwendig zu programmieren. Das ist eine Sache von 20 Stunden. Nein, aber auf jeden Fall im Live-Stream oder so kann man das auch mal machen. Ja, okay. Wir wollen uns jetzt nicht in die Länge ziehen, ihr Lieben. Das ist auf jeden Fall eine Minimap. Wenn ihr zu zweit seid oder so, downloadet die mal. Probiert es ja mal aus. Definitiv einer Empfehlung hier wert. Sie tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Die Frage ist, würdet ihr alle Dorfbewohner finden? Einer brennt. Seht ihr den brennenden Dorfbewohner? Das ist ein richtig cooles Spiel. Findet den brennenden Dorfbewohner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Tschüss. 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 Tschüüüüüüüüüüüiii Schuss Töv Diskuss § Untertitelung des ZDF, 2020